Kacken im Dunkeln Ich kann mir absolut vorstellen, wie dieses Produkt zu einem angenehmen und auch befriedigender Gefühl führen kann. Es ist erstmal vom Design her absolut schön. Ich liebe dieses Gerät. Lassen Sie mich nicht in Ruhe damit. Nein. 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 Ein weiterer zufriedener Kunde. Durch seinen ergonomisch geformten Griff kommt der Shitty Piss Ass Master in Regionen, die Sie sich gar nicht mehr vorstellen können. Kacken im Dunkeln ist auch für die ganze Familie geeignet. Ja, nicht nur alleine, sondern auch in der Gruppe ist Kacken im Dunkeln möglich. Ich selbst habe dieses Produkt bereits ausgetestet und ich muss sagen, es ist wirklich sehr angenehm. So, ich habe bereits alles vorbereitet. Das Bad ist dunkel und ich habe den Shitty Piss Ass Master dabei. Mit einer winxigen Handbewegung können Sie den Shitty Piss Ass Master bereits aktivieren. Dann werde ich ihn mal einsetzen. Oh, wow. Was für ein Spaß. Das würde ich am liebsten gleich nochmal machen. Aber zuerst... Auf Wiedersehen, mein Freund. Ich habe meinen Shitty Piss Ass Master immer griffbereit neben der Toilette stehen. Und wenn Sie gleich einen Ruf, dann bekommen Sie den Shitty Piss Ass Master zu gerade mal vier Drittel des normalen Preises.